YouTube, ich bin mal wieder unterwegs und zwar im BMW E91, 325 Diesel mit 197 PS und zwar gerade auf den Weg zu BMW AHG. Das Fahrzeug bekommt ein kleines Update von der Software und hat ein kleines Problem mit dem SOS-Knopf. Das wird jetzt bei der AHG instand gesetzt bzw. kodiert, dass es danach wieder funktioniert. Unsere Aufgabe und meine Aufgabe hier ist, Servicearbeit durchzuführen. Wir haben den Ölwechsel, den Luftfilter, also den üblichen Pflegeservice. Aufgefallen sind zu dem Thema noch die Glühstifte und dass die Lenkung ein bisschen schwer gängig ist oder halt schwerer geht. Ich denke, das ist ein Thema, da fehlt wahrscheinlich ein bisschen Hydraulikflüssigkeit. Das kann man alles in den Griff bekommen. Die Glühstifte ist ein übliches Thema. Wir haben 200.000 Kilometer. In dem Fall kann man die Ansaugbrücke eh auch gleich die drei Klappen entfernen und macht halt die Glühstifte gleich mit. Das ist jetzt nichts untypisches. Bei dem Kilometerstand auch gleich ein Hinweis, wenn ihr so ein Auto kaufen wollt, gerade die E90, E91, E92, E93 Diesel. Bei so einem Kilometerstand einfach mal gucken, wie ist das Kaltstartverhalten. Thema Glühstifte ist immer ein Thema bei dem Motor. Thema Ansaugbrücke und Ansaugbrücke ist bei den anfänglichen Modellen auch immer ein Problem. Einfach für euch so ein kurzer Hinweis. Das könnt ihr mal zu Herzen nehmen und mal beachten. Ansaugbrücke, wenn man auf der Fahrerseite steht und seitlich quasi unter die Motorabdeckung leuchtet oder reinschaut, sieht man das, ob da irgendwas undicht ist, weil da läuft nämlich das ganze Öl quasi runter auf dein Vorglühsteuergerät und dann ist es auf jeden Fall nicht gut. Der eigentliche Grund oder der Hauptgrund, warum ich euch das Video mache, ist, wir haben hier wieder ein Fahrzeug, wo eine Catfan-Anpassung bekommt und da nehme ich euch wie immer mit. Wir nutzen auch das ja gleich als Eingangsprobefahrt, zum schauen, wie war man was, wie verhält sich das Fahrzeug, wo haben wir noch ein bisschen was, wo wir da ein bisschen kitzeln können, wie liegt der im Serienzustand von der Beschleunigung und von den Werten her, was macht die Automatik, wir haben in dem Fall hier eine 6-Klang-Automatik, aber die schellt butterweich, Entschuldigung, die schellt butterweich ohne jegliche Probleme und ja, kitzeln wir ein bisschen Leistung raus, Kunde möchte nicht übertrieben, also machen wir dezent, ganz normal in der gesunden Stufe 1, bisschen auch aufs Spritsparen ausgelegt und dann denke ich mal, dass der Kunde da sehr zufrieden sein wird. Video dazu bzw. nach Fertigstellung folgt auch, wie beim letzten Video, das war ja der F30, der F35E, das folgt auch erst im Laufe nächster, übernächster Woche, sodass ihr einfach ein bisschen Zeit habt, alles pro anzuschauen und dann einfach auch ein bisschen gespannt sein dürft auf den nächsten Teil. Ja, jetzt würde ich sagen, Soundfall, Bromock 1, Karo-Video, fügen wir noch rein und dann würde ich sagen, bis bald. Ciao. 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 Ciao.